Musik Die 17 SDGs, Sustainable Development Goals. Sie sind die Nachhaltigkeitsziele, welche von der UN... Praktisch! Dann sind die Ziele ja bereits festgelegt. Das geht dann noch schneller. Wo sind deine alten Ideale und dein Engagement geblieben? Papa, ich bin echt enttäuscht von dir. Pflanze einen Baum nicht für dich. Pflanze einen Baum für die Welt. Na, da wollen wir doch mal schauen. Ach, das ist ja nicht der Rede wert. Ein bisschen Land, unverhältnismäßig viel Wasser. Damit sind wir schnell durch. Das ist Patel mit 150 Kilo. Mit 150 Kilo. Vor dem Fastfood. Und du denkst. Warum reißt sie sich nicht zusammen? Ich glaube, der wahre Grund, warum du nicht verstehst, ist, dass du nicht in ihren Schulen gehst. Audit Nummer 2020-10-17. Zertifizierung der Erde nach dem Anforderungskatalog der DIN ISO EN 9001. Und ich sah sie erst Monaten wieder. Da wanderte ich in einen alten Container. Ein Schatz liegt vor dir. Himbeersaft und Lebertran sind frei von Emissionen. Oh, 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 ist der Erfindergeist, wenn neue Wege fehlen. Wenn morgen plötzlich niemals heißt und Zukunftsängste quälen. Hallo? 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 Hallo?